Ja, okay, Alter. Soll man so werfen, Mann? Okay, wow. Der Endgegner ist dann Handschuhe mit Football. Moneyball mit Handschuhen. Es ist mal wieder an der Zeit für ein wunderbares Wurfspiel hier auf dem YouTube-Channel der EasyCredit DBL. Heute teaminternes Duell in Berlin. Yoshiko Saibu und Nils Giffey sind am Start. Und wir haben hier was ganz Besonderes für euch aufgeworfen. Wir machen eine Art Dreier-Contest. Aber der Moneyball, der ist immer ein bisschen schwieriger. Und zwar haben wir hier eine Lostrommel. Ich will noch nicht verraten, was da drin ist. Ein bisschen was kann man erahnen. Und der zählt dann dementsprechend auch zwei. Das heißt, er hat immer vier normale Würfe von jeder Position. Wir nehmen die klassischen fünf Positionen. Und der letzte dann eben mit Los zählt zwei. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Will jemand anfangen? Freiwillig. Fang an. Du fängst an? Okay. Auf geht's. Zwei von drei. Okay. Jetzt darfst du ziehen. Jetzt darfst du ziehen. Was haben wir als erstes? Hände verbunden. Da hast du direkt fast den schwierigsten. Wie soll man mit verbundenen Händen werfen? Aber gut. Ich bin noch kurz. Schwer verdiente zwei Punkte jetzt. Tristan Ball hat noch selbst raus, oder? Warte mal, Alter. Wie soll man so werfen, Mann? Okay, wow. Wow, ey. Ich fühle mich nicht mehr ins Leben. Das ist ein Bowling. Den Bowling-Wolf, Mann. Ja! Okay, damit hast du drei Punkte bei Position eins. Die ersten vier für Neals. Let's go. Zwei. Okay. Jetzt kommt dein Moneyball. Mit Handschuhen. Mit Handschuhen. Mit Handschuhen. Direkt die harten Sachen am Anfang. Der Endgegner ist dann Handschuhe mit Football. Moneyball mit Handschuhen. Ja, nein. Da. Drei zu zwei steht's damit. Zweite Position. Erstmal wieder vier normal. Du führst drei zu zwei. Auf geht's. Eins. Zwei. Einmal hast du fünf. Und wir ziehen das los. Hookshaft. 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 Oh, oh. Das war nicht schlecht. Das war verdammt gut. Fünf zu zwei. Die nächsten vier von Nils. Zwei. Kannst du jetzt mit dem Moneyball in Führung gehen? Der Football. Football. Au. Fünf, vier. Dritte Position. Auf geht's. Zwei. Dann sind wir bei sieben. Let's see. Blind. Blind. Ja, okay, Alter. So ist gut. Das war sehr gut. Okay. Moneyball. Vier zwei. Oh, oh. Das macht Kälte. Sieben, vier. Nils. Deine Chance aufzuholen. Ja. Letzter. Jetzt muss der Moneyball kommen. Rückwärts. Rückwärts. Also über den Kopf. Rückwärts. Nope. Zu kurz. War nicht schlecht auf. War gerade nie, oder? War nicht schlecht auf. Vorletzte Position. Sieben zu fünf. Der Spielstand. Auf geht's. Da geht noch was Nils. Da geht noch was. Wenn ich jetzt alles treffen würde, wäre langweilig. Mittellinie. 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 Das ist für JT jetzt, ey. Fünf Euro, oder? Okay. Backball-Coin. Oh, oh. Oh, yes! Fuckin Pitball von JT. Mein Cash, genau. Hast du das Cash? Hast du das Cash dabei? Oder kannst du mir die Paypal? Okay, Mann. Okay. Okay. Oh, shit! Der Moneyball, Mann. Gäntchen, sag mal. Jep. Eins. Zwei. Jep. Zehn, acht. Jetzt kannst du ausgleichen. Zehn, acht. Zehn, acht. Der Joker. Oh, oh. Wer ist der Joker? Oh, nein. Oh, komm schon, ey. Ich geh beim Resten. Ich drück's jetzt, Mann. So viel Druck jetzt. Bisschen Menge Druck, gerade, ne? Auf der Linie. Jetzt ist wieder spannend hier. Spannender geht's nicht. Dramatik pur. Zehn zu zehn vor der letzten Position. Wir haben noch zwei Schwierigkeiten hier in den Loskugeln. Jungs, wer macht das Rennen? Ja, ich weiß nicht. Momentum ist bei dir gerade aber auch geschummelt, ne? Mit der Linie und so. Ich will nicht sagen, aber ich gewinne. Okay, let's go. Oh, oh. Oh, oh. Engel. Ja. No. Fuck. Manni Ball. Manni Ball muss jetzt rein, ne? Was ist denn Dizzy? Dizzy. Das ist der Dizzy Bad. Oder was? Das ist der mit dem zehnmal um den Ball drehen. Oh, fuck. Also der hier. So. Zehnmal. Zehnmal. Zehnmal, Mann? Zehnmal um den Ball drehen. Zehnmal, ja? Ja. Wir zählen mit. Eins. Zwei. 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 Ich rüff schon mal aus dem Weg. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Noch zwei. Neun. Oh, oh. Ja, perfekt. Kannst. Shit, Alter. Boah. Junge. Wirst du werfen, Bro. Und. Junge, Alter. Oh, shit. Okay. Das ist übel. Ja, Nils. Jetzt reicht dir einer. Jo, Nils. Jetzt musst du erst mal treffen, ne? Da ist er schon. Zwei. Also zwölf. Letztes Handicap. Handicap. Gibt's dafür auch Minuspunkte? Schwache Hand. Oh, oh. Yes. Mach's ein Comeback. Okay. Unter fairen Bedingungen hat's gewonnen, ne? Der Joker ist da. Wer auf der Linie treten, Dreier ist, dann hab ich verloren. Also, Nils gewinnt unter Vorbehalt. Joschi will, glaub ich, noch Protest einlegen. Ja, da kommt noch was. Das hat noch ein Nachspiel, glaub ich, ne? Ja, ja. Also, ich hab schon den Antrag vorbereitet hier vorne. Weil auf der Linie stehen, Dreier, Zweier. Also immer so. Wir halten euch auf dem Laufenden, was das ergibt. Vorerst 14 zu 10 für Nils. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. Ciao.